Die Welt im Rücken von Thomas Melle. Wie hält man das aus? Aus der Welt zu fallen. Die Depressionen, das schwärzeste Schwarz, der hirnversenkte Schwachsinn. Thomas Melle bringt seine bipolare Störung zur Sprache. Er erzählt, mit der Welt im Rücken, gegen Scham, Angst, Wahnsinn. Es ist einfach zur Notwendigkeit geworden, das zu schreiben, weil mein ganzes Leben und das ganze Schreiben davon bestimmt war. Da musste Tabula rasa gemacht werden. Der Wahnsinn ist ein Vorgang, kein Zustand. Und er kann Stunden dauern oder Wochen oder Monate. Ich sitze da und bin ein Gegenstand. Ich gehöre nicht mehr zur Klasse der Menschen, sondern zu der der unbelebten Gegenstände, Dinge, Objekte. Ich bin aus Holz, aus Stahl, aus Plastik. Meine Adern sind Kabel. Ich kann nichts mehr spüren, außer Trauer. Er schläft mit Madonna während seines Wahns. Sieht Botschaften überall. Alles meint ihn. Wir durchleben mit ihm Höhen und die Hölle. Fliegen, fallen, schreiben. Eine Teufelsaustreibung, Beschwörung. Thomas Melle erobert sich einen Funken Hoffnung zurück. Ich versuche, alle sprachlichen Mittel auszuschöpfen und tatsächlich die große manische Maschine anwerfe, ohne Gott sei Dank selbst manisch zu werden. Man muss die Angst vielleicht auch zulassen und die packt mich manchmal und durchaus auch beim Schreiben des Buches. Ein Buch, das schreit. So ist es bei mir gewesen. So wird es hoffentlich nie mehr sein. Ich meinte schon nach der zweiten Manie, eine dritte würde ich nicht überleben. Habe ich aber, würde ich wieder. Ich mag mich wieder umbringen wollen, irgendwann. Dann werde ich dennoch weiterleben.